Hi Leute, Niklas hier von der Sneaker Factory und ich erkläre euch, wie ihr mit dem Anglos Preparer und die Gläser eure Schuhe richtig fürs Bemalen vorbereitet. Den Preparer und die Gläser verwendet ihr vor dem Bemalen, um eure Oberflächen zu reinigen und Fette zu entfernen. Das Ganze ist sehr wichtig, damit die Farbe später richtig hält. Am besten tragt ihr mit einem Butterpad oder einem Tuch nur an den zu bemalen Stellen auf. Aber Achtung, er ist sehr aggressiv, deswegen nur in einem gut belüfteten Raum verwenden und nicht auf Klebestellen auftragen. Der Preparer ist für die Vorbereitung von Lederschuhen zwingend notwendig, damit die Farbe richtig haften kann. Für die Bemalung von Stoffschuhen ist keine Vorbereitung mit dem Preparer nötig, achtet nur darauf, dass diese möglichst sauber sein sollen.